so einen wunderschönen guten nachmittag bin heute ja immer noch zu hause wir haben sonntag den 21 januar und ich mache für meine frau für die arbeit zwei torten bin jetzt gerade dabei hier schwarzwälder fürcht zu machen und dann habe ich noch eine gemacht baldfrucht-joghurt-sahne mit schokoblasur und die zeige ich euch dann nachher mal also wenn sie mir jetzt mal zugucken beim torten machen nicht nur beim lkw fahren so hier haben wir die gekochten kirschen normalerweise normalerweise müsste ich die jetzt auch in spritzbeutel machen und hier einfüllen aber da habe ich jetzt kein bock drauf dann noch ein beutel sauber zu machen also fülle ich die jetzt einfach nur mit dem löffel ein ja sind normale schattenmorellen gekocht mit ein bisschen zucker und gewürzen wie salz und zimt zitrone vanille so eine sache ja und jeder macht die schwarzwälder kirche halt auch anders mancher macht nur einen schwarzen boden oder nur einen hellen boden und eine schicht kirchen rein und dann sahne mancher macht wieder mit buttercreme aber so habe ich es gelernt und so machen wir doch so jetzt kommt noch ein dunkler boden oben drauf darf nicht zu hoch werden so und hier das ist so eine zuckermasse da tränke ich die böden mit da ist noch ein bisschen rum mit drin für den schmack und dass die böden nicht so trocken sind werden die noch ein bisschen getränkt läuter zucker nennt sich das und drei teile zucker ein teil wasser so da kommt noch mal sahne drauf wieder jetzt noch ein paar kirchen ich denke mal das reicht dann auch mit den hellenboden noch oben drauf den ausgarnieren und dann fertig naja sonst wird das zu viel so packen wir mal den hellen boden noch oben drauf und dann wird es ausgarnieren und das ist so drei sternen schön tränken wenn man nicht so einen gut trockenen boden noch hat obwohl die böden recht sagt ich sind für die halt gestern gebacken aber trotzdem schmeckt es ja immer noch besser wenn die böden ein bisschen getränkt sind so jetzt wollen wir die mal ausgarnieren jetzt so eine einstreichen und die Tja, 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 tja. Jetzt noch mal mit dem Kamm rumgehen, so eine typisch klassische Torte halt, nichts besonderes. So, ich habe die Torte jetzt mit Türkischträugeln noch hier rein. Jetzt wird sie ausgarniert und ein paar Kirchen drauf. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich habe noch ein paar Jahre mit dir. Schokoraspeln. Einfach ein bisschen Blockschokolade. Mit dem Messer ein bisschen abraspeln. Fertig. So, meine Kirchen habe ich auch schon vorbereitet. So, meine Kirchen habe ich auch schon vorbereitet. So, meine Kirchen habe ich auch schon vorbereitet. So. Mal gucken. Ein paar Kirchentropftpappen. Und fertig ist die Torte. Ein bisschen abtropfen. Noch ein Zebra. Sonst wirft sie so an der Seite runter. Ist ja auch nicht so schön. Mal gucken. Mal gucken. Das sieht okay so aus. Mal gucken� terms. Academy für Dr'. Ich muss noch etwas Gel میchen. Mal gucken. Dann können wir die Kirchen auf der Masse nehmen. Die sind ja auch ein wenig angedickt mit Kartoffelstärke oder Weizenpuder oder so was. Und dann kann man Dosen mit angedickt oder Mehl, eigentlich nicht Mehl, hat zum blöden Eigengeschmack. Und das ist noch Kartoffelpulver. Die Torte ist fertig. So, denke mal. So, habe jetzt meine zwei Torten fertig. Also eigentlich einmal die hier und die hier. Schwarzwälder Kirsch und Waldfruchtsahne mit Schokoglasur. Und schöne glänzende Glasur vor allem. Ja, und hier noch eine Leftover Torte. Von den Restböden und Sahne und Kirschen, die ich noch hatte. Ja, soviel dazu. Denke mal, ist okay geworden. Ich bin halt ein bisschen außer Übung. Aber, denke mal, vielleicht ihre Kollegen werden sich freuen. Und, ja. Soviel dazu. Heute mal ein Torten Video. Nicht nur ein Trucker Video. Also, bis dann. Tschüssi. Bye-bye. Viel Spaß beim Anschauen. Und, kommentieren, liken, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht dann Lust sein. Bis dann. Tschüssi. Bye-bye. Soviel ihr da ist ganz schön guess.